Ich habe gelernt, immer Menschen zu respektieren, die sich treu bleiben, die zu dem stehen, was sie können und die nicht versuchen, auf Kosten anderer ihren eigenen Lebensweg zu beschreiten. Das ist für mich das Wichtigste. Also Leute, die Karriere dadurch machen, dass sie andere wegbeißen, da kann ich keinen Respekt für entwickeln. International ist es so, dass immer Menschen, die offen sind, die mir zuhören und denen ich auch zuhören kann und die nicht von vornherein selbst geschlossen sind, weil sie haben sowieso ein festes Weltbild und da lassen sie nichts dran rühren, denen zolle ich Respekt.